Löhchen, heute wieder bei uns ein Angebot. Große und kleine Cookies. Und das nur für einen Euro. Wie findest du denn unsere Cookies? Sie sind wirklich so lecker und schmecken mir richtig gut. Solche Cookies findet man nie auf der ganzen Welt. Also, wie gesagt, kauf unsere Cookies. Sie sind so lecker. Süß und fein, kauf's gleich allen. So müssen Cookies sein. Hallo, wir haben neue Autos aus dem Autohaus Cesarina. Wir bieten Ihnen die neuesten Modelle von uns. Ob groß, ob klein, uns fällt was ein. Airbags für Schutz und Sicherheit. Wir haben verschiedene Farben von Autos. Liebe Leute, kauft euch noch heute einen Flitzer aus dem Autohaus Cesarima. Denn hier beraten wir sie prima. Kauft euch noch heute euren Flitzer. Für genug Qual, keine Qual. Denn im Cesarima ist jeder Flitzer prima. Also kauft euch jetzt euren Flitzer. Wollt ihr in einem Fußballclub spielen? Ja, unbedingt. Aber wo? Dann geht's zum FC Aneliti. Die haben die besten Trainer, die neuesten Bälle. Und zu jedem Spiel kommt Cristiano Ronaldo. Und bis zum 12.12. bekommt ihr noch 20% Rabatt auf alle Vertragsleistungen. Kommt zu uns. Wir freuen uns auf euch. Leckeres Leuchttes zu verkaufen. Gibt's das denn? Ja, es ist so lecker und leuchtet so schön. Da hol ich mir gleich eins. Warte, ich komme mit. Lecker, süß und fein. So muss unsere Blue Cream sein. Herzlich Willkommen. Was wollen Sie denn für eine Bestellung? Einen MC Chicken Burger bitte. Kommt sofort. Hier ist Ihr MC Chicken Burger. Warum isst Ihr Restaurant denn eigentlich so gut? Hier gibt's 15% Rabatt auf alles. Merken Sie sich nur eins. Super lecker ist ein cooler Checker. Dann komme ich morgen wieder und genieße mein nächstes MC Chicken Burger mit 15% auf alles. Hey, das ist der tollste Zoo ganz Sachsen. Hallo, wir haben die krassesten Tiere ganz Sachsen. Wo sind denn die coolsten Tiere? Überall bei uns. Dankeschön. Die Elefanten, Zebras, Flamingos sind auch überall bei uns. Es gibt sogar Tiger, Schlangen, Spinnen und Löwen. Und das Beste ist, wir haben einen Mosasaurus und das ist eine Dinoart. Tierischer Spaß im Tierspaßpark. Mama, können wir heute bitte in den Zoo Grogu gehen, bitte? Ja, natürlich, denn letzte Woche haben sie das seltenste Tier der Welt bekommen. Wirklich? Heute lohnt es sich, in den Zoo Grogu zu kommen. Denn es gibt 10% Rabatt auf alle Eintrittskarten, ob groß oder klein. Zoo Grogu muss es sein. Und, pssst, wollt ihr auch wissen, was das seltenste Tier der Welt ist? Dann kommt zu uns in den Zoo Grogu. Ja, 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 ja.